hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play ghost raccoon break points wir spielen hier beta war noch und ja letztes mal wurden wir hier zweimal gekillt weil wir ein ja longshot ding machen wollten oder also einmal weil wir zwei auf einmal kennen wollten und einmal wegen der longshot version und ja ich muss eigentlich ziemlich direkt auf ihn zielen und ich wollte gerade schießen aber ja genau ich weiß nicht ob man das hier kann oder und wenn ja dann wie man hier die luft anhalten kann also ich habe schon die eiserne lunge das gilt aber da kann ich euch mal kurz zeigen aber ok aber der atmet auch so krass na schön dann also rein theoretisch wenn man sich hinlegt dann hat man ja aufladefläche also mit den zwei rein also einmal schauen vielleicht geht es besser aber ich glaube nicht fuck das war das war zu scheiße ich habe ihn gerade nicht durch die durch das loch da getroffen oder ok er hatte keine an kein keine keine alarm gegeben so das ist schon mal sehr gut ich finde es auch ehrlich gesagt realistisch dass ich ihn durch die durch das durch die umrandung treffen konnte ich meine ich habe ein sniper der eigentlich genau so lange ist wie ich selbst und da ist es schon realistisch sag ich mal so wir gehen jetzt mal auf also die ganzen snipers sind weg das heißt wir gehen das heißt wir gehen mal auf panther modus wir werden jetzt versuchen dass der mich nicht gesehen hat ist da waren zwei oben scheiße da waren zwei da waren drei oben die da ist noch einer der alarmiert ist zwei die alarmiert sind drei vier da vorne ist noch eine gut 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 ich fahre mir jetzt echt die drohne ich vielleicht wieder die drohne haben ok jetzt sind sie wieder chillig drauf ich könnte auch hier hoch klettern das problem ist wenn ich da hoch kletter und sie mich entdecken bin ich kletter und sie mich am hopp ist da ist hier ein kleines Wenn er zu mir kommt, ist es gut, wenn nicht, dann ist es bad. Ah, er kommt zu mir, dann kann ich ihn dann kalt machen. So, da hinten sind anscheinend einige. Ah, scheiße. Ich habe mich nicht erschreckt. Oh, scheiße. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Warte, ich will kurz... Ferngesteuerter Killer... Blendgranate... Ich kriege Granate... Ablenkung... Um... Hier sind wir jetzt wieder ein bisschen... Chilliger drauf... Warum auch immer? Wir haben das überlebt... Ich habe noch mehr Hollands. Ich bin klar. 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 was ist das denn für ein fetter alter ich will noch mal sehen was das für ein dicker oschi ist ich glaube wir haben ja ziemlich coole panzer brechende munition also in dem könnten wir auch vernichten so warte gut 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 wir haben es überlebt bis jetzt jetzt nur nicht verkacken k k nie ihr habt euch nicht umsonst aufgeregt es ist clever wahrscheinlich nicht ich weiß halt nicht das ist halt so blöd wenn man nicht wirklich weiß ob man die ganzen hier zum beispiel waffenschaden schauen an troiden ja was ich ruhige kass nee genau also das habe ich nicht weil das habe ich nicht aus gewählt genauigkeit das ist passiv genau sprengstoffexperte objekt kapazität sprengstoff raketen ich weiß halt nicht ob ich jetzt wirklich hier steht zum beispiel mit v oder x dass ich jetzt ja panzerbrechende munition habe wisst ihr was ich probiere es einfach aus ich meine hier habe ich auch wieder eine ziemlich gute verteidigungsposition warte mal aber zuerst werde ich das da wieder ändern ich hätte ich habe sogar raketenwerfer ähm granate was was okay hat funktioniert wieso haben die jetzt die schüsse gehört hat wenn die ja bei den anderen die schüsse nicht gehört haben die da hinten her ich habe davon schalldämpfer trofene ja ja wir brauchen gar nicht diskutieren das die scheitern vor allem computer spielen ziemlich ziemlich lächerlich sind wieder hinten ist noch einer mit mit rüstung weg äh in 16 18 18 20 20 Was ist das? Was ist das? Aber das ist schon interessant. So. Was haben die sogar mehr oder so? Die wissen schon, dass da einen... von den eigenen Leuten da ist. Da machen wir es halt auf Rambo-Style. Ja. Ja. Ich wusste ja, dass ich hier bin. Aber ich wusste ja, dass ich hier bin. Bist du ein? Bist du hier? Du musst ja den Maulieren schicken. Das ist nicht so ein Teil. Es ist wirklich ein Malmach. Es wird der Gaiter benutzen. Dann ist er nicht. Okay. Du 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 du. Wenn ich dich finde, dann wirst du dich verraten, wenn ich mich nicht verraten werde. Mhm. Wenn. Ah, wir wissen alle anscheinend, wo ich bin. Die Scheiße sind hier! Ich sehe sie! Man schießt nicht so fort. Wenn einer vor dir ist und du wirst so abdrücken, das macht sie nicht gleich. Das ist ein bisschen störend. 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 Da schwimmen die Steine. So, fangen. Ja. Ghosts! Niemand weiß, dass du da bist. Du machst alle Platz. Wenigstens stimmt eine Sache. Die sind ja jetzt wahrscheinlich alle unter mir im Haus. Ähm. Ja. Da drinnen laufen jetzt auch die. Die letzten... Überbleibsel. Also da ist noch irgendwo jemand. Glaube ich. so. Bis auf drei, in zwei oder drei habe ich es jetzt gesäubert. ein bisschen mehr Action als sonst, aber okay. Okay, was ist das für ein Schmuckstück? Ähm. Okay, Reichweite nicht so weit, aber dennoch alles andere ist sehr viel weiter. Und die sieht ein bisschen handlicher aus. Jetzt würde ich die aber auch ausprobieren. Wo bist du? Wo seid ihr? Da hinten. Okay, das ist ja... Wenigstens ist ja wieder Halbautomatik. Das ist wunderbar. 4,5er Zoom. Kein 6er mehr. Aber... Warte. Ja. Komm her! Ja. Das war der letzte. Ja. Ja. Bist du mal. Ja. Ja. so und ich würde sagen ja das ist doch ein toller abschluss cool wie er sich hingeschmissen so gut cool und das sagst du mir jetzt kann mich wollen na dann aufklärungsdaten sammeln das machen wir das nächste mal danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen war ein bisschen mehr action diesmal auch wenn ich ein bisschen mehr stealth gehen will aber funktioniert nicht ja